Lektion 1 Planung für ein Fest Hey Anna, da wir dieses Wochenende Abendessen veranstalten, was hältst du von der Speisekarte? Hallo John, klingt nach einem Plan. Ich denke, wir sollten ein paar Vorspeisen und ein Hauptgericht einbeziehen. Tolle Idee! Wie wäre es, wenn wir Brotschütter als Vorspeise servieren? Es ist immer ein Hit. Ja, Brotschütter ist köstlich. Für das Hauptgericht dachte ich daran, Pasta zu machen. Pasta klingt perfekt. Wir könnten eine cremige Alfredo-Sauce oder eine herzhafte Marinara machen. Ich liebe beide Optionen. Vielleicht können wir einen Mix machen? Ein bisschen Abwechslung ist immer nett. Das ist eine fantastische Idee. Ich kümmere mich dann um den Lebensmitteleinkauf. Perfekt! Hast du eine Liste im Kopf oder sollten wir gemeinsam eine erstellen? Lass es uns gemeinsam schaffen. Wir brauchen frisches Basilikum, Tomaten, Knoblau und natürlich Nudeln. Großartig! Vergiss den Käse nicht. Wir brauchen Parmesan für die Pasta und vielleicht etwas Mozzarella für die Bruschetta. Guter Fang! Sollen wir als erfrischende Beilage auch einen Salat hinzufügen? Ja, ein gemischter Gemüsesalat mit einer leichten Vinaigrette würde das Essen wunderbar ergänzen. Das klingt köstlich. Wir können ein paar Nüsse und Preisebeeren für zusätzlichen Geschmack hinzufügen. Unbedingt! Und zum Nachttisch dachte ich darüber nach, Schokoladenmusse zu machen. Und was denkst du? Schokoladenmusse ist eine fantastische Wahl. Es ist reichhaltig und köstlich. Der perfekte Abschluss einer Mahlzeit. Ich kann es kaum erwarten. Dieses Abendessen wird für alle ein wunderbares Treffen sein. Einverstanden! Machen wir es zu einem unvergesslichen Abend voller leckerem Essen und Lachen. Lektion 2. Platzsparer Hey Anna! Ich habe meinen Kleiderschrank neu organisiert und brauche ein paar Tipps zur Maximierung des Platzes. Hallo John! Eine gute Möglichkeit ist es, Aufbewahrungsbehälter oder Aufhänger zu verwenden, um alles aufgeräumt zu halten. Das macht Sinn. Welche Art von Lagerbehältern empfehlen Sie? Durchsichtige Plastikbehälter sind ausgezeichnet. Sie lassen sie sehen, was sich darin befindet. Und sie lassen sich leicht stapeln. Gute Idee! Ich habe auch ein paar alte Boxen. Kann ich die auch benutzen? Definitiv! Stellen Sie einfach sicher, dass Sie robust sind und beschriften Sie sie, damit Sie wissen, was drin ist. Etikettieren ist klug. Was ist mit Aufhängern? Haben Sie bestimmte Typen im Sinn? Ja! Kleiderbügel aus Samt sind fantastisch, weil sie Platz sparen und verhindern, dass Kleidung verrutscht. Die habe ich gesehen. Die sehen wirklich elegant aus. Gibt es noch andere Tricks, um Platz zu sparen? Sie können auch kaskadierende Aufhänger verwenden, um mehrere Artikel vertikal zu stapeln. Das ist ein echter Wendepunkt. Das klingt wirklich hilfreich. Normalerweise habe ich ein Durcheinander von Klamotten. Ich verstehe. Ein weiterer Tipp ist, Ihre saisonale Kleidung zu wechseln. Halten Sie nur das Griff bereit, was Sie benötigen. Das ist eine tolle Idee. In den Sommermonaten könnte ich Winterkleidung verstauen. Genau. Es hilft, Unordnung zu beseitigen und erleichtert das Anziehen erheblich. Danke für die Tipps. Anna, ich fühle mich jetzt sicherer, wenn es darum geht, meinen Kleiderschrank zu organisieren. Lektion 3. Kulinarische Kreationen Hey Anna, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit mit Hühnchenrezepten experimentiert hast. Hallo John. Ja, ich liebe es, Hühnchen zu kochen, weil es viele verschiedene Gerichte zubereitet. Das stimmt. Was ist dein Lieblingsgericht mit Hühnchen? Ich mache sehr gerne Suppen. Sie sind beruhigend und perfekt für jede Jahreszeit. Suppen sind großartig. Hast du ein spezielles Rezept, dem du gerne folgst? Das tue ich. Mein Favorit ist Hühnernudelsuppe. Es ist einfach und doch so schmackhaft mit Kräutern und Gemüse. Das klingt köstlich. Ich wette, es wärmt dich an einem kühlen Tag auf. Unbedingt. Ich liebe es auch, Eintöpfe zuzubereiten. Sie sind herzhaft und perfekt für die Zubereitung von Mahlzeiten. Eintötze sind fantastisch. Welche Zutaten gibst du normalerweise in deinen Hühnereintopf? Ich füge gerne Kartoffeln, Karotten und Sellerie hinzu, zusammen mit einigen Gewürzen für zusätzlichen Geschmack. Das sind großartige Entscheidungen. Lässt du es lange köchen? Ja. Je länger es köchelt, desto besser vermischen sich die Aromen. Das Warten lohnt sich. Ich kann es fast riechen. Hast du versucht, andere Hühnchengerichte zuzubereiten? Definitiv. Ich grille auch gerne Hühnchen oder mache Bratpfannengerichte. Sie sind schnell und lecker. Gegrilltes Hähnchen klingt perfekt für den Sommer. Womit servierst du es gerne? Normalerweise serviere ich es mit einem frischen Salat oder etwas gegrilltem Gemüse. Es ist eine gesunde Option. Das klingt unglaublich. Ich muss einige deiner Rezepte ausprobieren, wenn ich das nächste Mal Hühnchen koche. Ich würde sie gerne teilen. Kochen macht so viel Spaß, besonders wenn man mit Aromen experimentiert. Wir freuen uns darauf, neue Rezepte zu entdecken und gemeinsam köstliche Mahlzeiten zu genießen. Lektion 4. Die Schätze des Casinos Hey Anna! Hast du von den interessanten Geschichten aus den Casinos in Las Vegas gehört? Hallo John! Ja, ich habe gelesen, dass Sie manchmal einzigartige Möglichkeiten haben, mit Nachzüglern umzugehen. Genau! Wie damals, als Quesada Nachzüglern Gold und Juwelen gab, um ihre Enttäuschung zu lindern. Das ist eine ziemlich großzügige Geste. Es muss ihnen das Gefühl gegeben haben, geschätzt zu werden, auch nachdem sie etwas verpasst hatten. Das tut es wirklich. Casinos wollen oft sicherstellen, dass jeder eine gute Erfahrung hat. Nicht wahr? Unbedingt. Und es ist interessant, wie die Männer in den Casinos diese Schätze entdeckt haben. Ja. Ja. Sie fanden heraus, dass die Belohnung von Kunden zu mehr Loyalität und wiederholten Besuchen führen kann. Das macht Sinn. Menschen lieben es, sich geschätzt zu fühlen, besonders in einem solchen Wettbewerbsumfeld. Ganz gewiss. Und der Nervenkitzel beim Gewinnen wird noch gesteigert, wenn es unerwartete Überraschungen gibt. Definitiv. Es sorgt für ein gewisses Maß an Aufregung. Denken Sie, es ist effektives Marketing? Ich glaube schon. Es sorgt für Aufsehen und zieht mehr Besucher an, die den Spaß erleben möchten. Außerdem verbreiteten sich diese Geschichten schnell und zogen noch mehr neugierige Gäste an. Genau. Es geht darum, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, die die Leute zum Reden bringen. Ich frage mich, wie viele andere kreative Strategien Casinos anwenden, um ihre Kunden zu binden. Es gibt wahrscheinlich viele. Von Themenabenden bis hin zu Sonderaktionen halten Sie die Dinge frisch. Es ist faszinierend, wie sich die Hotellerie ständig weiterentwickelt, um Gäste anzulocken. Einverstanden. Es zeigt, wie wichtig es ist, sich an die Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden anzupassen. Lektion 5 Sicherheit geht vor Hey Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, einen erfahrenen Fahrer zu haben, besonders für neue Fahrer. Hallo John. Das ist ein großartiger Punkt. Ein neuer Fahrer sollte immer einen erfahrenen Fahrer im Auto dabei haben. Genau. Es kann wirklich dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen und die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Ja, und ein erfahrener Fahrer kann in schwierigen Situationen wertvolle Tipps und Anleitungen geben. Richtig. Sie können auch dabei helfen, unbekannte Routen zu befahren und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Ich erinnere mich, als ich anfing zu fahren, als ich meinen Vater bei mir hatte, fühlte ich mich viel sicherer. Das ist wirklich wichtig. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, Verkehrsregeln und sichere Fahrgewohnheiten zu erlernen. Definitiv. Für neue Fahrer ist es wichtig zu verstehen, wie sie mit unterschiedlichen Fahrbedingungen umgehen können. Was sind Ihrer Meinung nach einige Schlüsselkompetenzen, die ein erfahrener Fahrer vermitteln sollte? Gute Frage. Sie sollten sich auf defensive Fahrtechniken konzentrieren und darauf, wie man in Notfällen reagiert. Ich stimme zu. Es ist von entscheidender Bedeutung, sich der Umgebung bewusst zu sein und die Handlungen anderer Fahrer vorauszusehen. Und es ist auch wichtig zu lernen, wie man mit Ablenkungen umgeht, wie zum Beispiel beim Autofahren ein Telefon zu benutzen. Unbedingt. Konzentriert zu bleiben ist für jeden auf der Straße von entscheidender Bedeutung, nicht nur für neue Fahrer. Denken Sie, dass Fahrschulen ausreichen, um jemanden auf das Fahren in der realen Welt vorzubereiten? Sie sind ein guter Anfang, aber es ist genauso wichtig, Erfahrungen in Echtzeit mit einem Experten zu haben. Ja, Übung macht wirklich den Meister und Anleitung kann den Unterschied ausmachen. Es geht darum, sicheres Fahren zu fördern und neue Fahrer zu ermutigen, sich fachkundig beraten zu lassen. Lektion 6 Yoga-Reise Hey Anna, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit Yoga erforscht hast. Hallo John. Ja, ich habe online ein bestimmtes Yoga-Programm gefunden, auf das ich mich wirklich freue. Das ist genial. Ist es auf Anfänger zugeschnitten? Ja, das ist es. Es konzentriert sich auf grundlegende Posen und Atemtechniken, was perfekt für mich ist. Großartig! Welche Posen deckt es ab? Es beginnt mit einfachen Posen wie dem abwärts gerichteten Hund und der Haltung des Kindes. Sie sind sehr entspannend. Das sind fantastische Entscheidungen. Ich habe gehört, dass ein nach unten gerichteter Hund bei der Flexibilität hilft. Genau. Ich lerne auch, wie wichtig es ist, bei jeder Pose die richtige Ausrichtung zu haben. Das ist entscheidend. Es kann Verletzungen wirklich vorbeugen und die Vorteile der Praxis verbessern. Ja, das Programm beinhaltet Video-Vorführungen, die sehr hilfreich sind. Das klingt praktisch. Kannst du in deinem eigenen Tempo üben? Definitiv! Ich finde es toll, dass ich die Sitzungen wiederholen kann, bis ich mich mit den Posen wohlfühle. Das ist ein großartiger Ansatz. Haben Sie irgendwelche Veränderungen bemerkt, seit Sie angefangen haben? Ich fühle mich entspannter und konzentrierter. Es hilft wirklich beim Stressabbau nach einem langen Tag. Das ist wunderbar. Yoga ist auch für seine geistigen Vorteile bekannt. Ja, ich freue mich auch darauf, die Meditationstechniken auszuprobieren, die Sie im Programm einführen. Meditation kann das Spiel verändern. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihr allgemeines Wohlbefinden zu verbessern. Ich stimme zu. Ich freue mich darauf, es in meinen Tagesablauf zu integrieren. Auf Deine Yoga-Reise und auf die Entdeckung all Ihre wunderbaren Vorteile. Lektion 7 Reiseoptionen Hey Anna! Hast du die Unterschiede zwischen Hotels und Ferienwohnungen auf Reisen berücksichtigt? Hallo John! Ja, ich denke, Ferienwohnungen können günstiger sein, insbesondere für längere Aufenthalte. Das ist wahr. Hotels bieten jedoch in der Regel mehr Annehmlichkeiten wie Zimmerservice und tägliche Reinigung. Genau. Es ist ein Kompromiss. Hotels können Komfort bieten, während Mietunterkünfte oft ein heimeliges Gefühl vermitteln. Richtig. Haben Sie schon einmal in einer Ferienwohnung gewohnt? Hab ich. Es war toll, eine voll ausgestattete Küche zum Kochen von Mahlzeiten zu haben. Es hat uns Geld gespart, wenn wir auswärts essen. Das ist ein großes Plus. Welche anderen Vorteile haben Sie bei der Vermietung festgestellt? Wir hatten mehr Platz und Privatsphäre, was unseren Aufenthalt viel angenehmer machte. Ich kann mir vorstellen, dass das nett wäre. Hast du irgendwelche Nachteile gefunden? Manchmal kann der Check-in-Vorgang im Vergleich zu Hotels etwas kompliziert sein. Das ist ein gutes Argument. Und Sie könnten Hotelverurteile wie ein kostenloses Frühstück verpassen. Stimmt. Aber einige Vermietungen bieten lokale Snacks oder Frühstücksartikel an, was eine nette Geste ist. Das ist ein großartiger Kompromiss. Glauben Sie, dass Sie sich für Ihre nächste Reise wieder für eine Ferienwohnung entscheiden werden? Ich glaube schon. Es hängt wirklich vom Reiseziel ab und davon, nach welcher Art von Erfahrung ich suche. Einverstanden. Jede Option hat ihre eigenen Vorteile, die auf unterschiedliche Reisestile zugeschnitten sind. Lektion 8 Spiel weiter Hallo Anna. Hast du Lust auf ein bisschen Brettspielspaß, während wir auf Ihre Antworten warten? Hallo John. Absolut. Brettspiele sind eine großartige Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben. Was ist dein Lieblingsbrettspiel? Ich liebe es, die Siedler von Katan zu spielen. Es dreht sich alles um Strategie und den Handel mit Ressourcen. Das ist ein Klassiker. Mir gefällt es auch. Aber ich bin auch ein Fan von Ticket to Ride. Es macht so viel Spaß, Zugstretten zu bauen. Ticket to Ride ist fantastisch. Der Wettbewerb um die Vernetzung von Städten kann sehr intensiv werden. Das kann es wirklich. Bevorzugst du Spiele, die kompetitiv oder kooperativ sind? Ich glaube, ich bevorzuge kooperative Spiele. Es ist schön, gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Das ist ein gutes Argument. Spiele wie Pandemies sind aufregend, weil man als Team eine Strategie entwickeln muss. Genau. Es lohnt sich, wenn jeder zum Gewinnen beiträgt. Hast du ein kooperatives Lieblingsspiel? Ich mag vor Bidden Island. Es ist einfach, aber sehr fesselnd. Du musst schnell arbeiten, um zu entkommen. Davon habe ich gehört. Das klingt aufregend. Wie wäre es mit Partyspielen? Spielst du die auch? Ja. Ich liebe Spiele wie Codenames und Dixüt. Sie sind perfekt für größere Gruppen und können ziemlich lustig werden. Die machen so viel Spaß. Ich liebe die Kreativität, die damit verbunden ist, besonders in Dixüt mit den Kunstwerken. Einverstanden. Es regt die Fantasie an. Sollen wir ein Spiel veranstalten, sobald wir von ihnen hören? Definitiv. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen und die Gesellschaft des Anderen zu genießen. Auf einen Nachmittag voller Lachen und freundschaftlicher Konkurrenz. Lektion 9. Hundetage Hey Anna. Ich habe gerade den süßesten Welpen im Park gesehen. Hallo John. Das klingt bezaubernd. Welpen erobern wirklich unsere Herzen. Das tun sie. Aber ich weiß, dass Hunde viel Aufmerksamkeit und Bewegung benötigen. Unbedingt. Es ist wichtig, dass sie sich jeden Tag ausreichend körperlich betätigen. Wie viel Bewegung ist Ihrer Meinung nach ideal für einen Hund? Im Allgemeinen ist eine gute Stunde Bewegung täglich für die meisten Hunde ideal. Es hilft ihnen, gesund und glücklich zu bleiben. Das macht Sinn. Welche Aktivitäten machst du gerne mit Hunden? Ich liebe es, sie auf lange Spaziergänge mitzunehmen oder im Hinterhof apportieren zu spielen. Es macht so viel Spaß, ihnen beim Laufen zuzusehen. Fetsch ist so ein Klassiker. Hast du schon einmal einem Hund Tricks beigebracht? Ja, ich habe meinem Hund beigebracht, zu sitzen, zu bleiben und sich sogar umzudrehen. Es ist lohnend, wenn sie lernen. Das klingt lustig. Positive Verstärkung wirkt beim Training wirklich Wunder. Ganz gewiss. Ihnen Leckerlis oder Lob zu geben, motiviert sie, schneller zu lernen. Was ist mit Geselligkeit? Findest du es wichtig, dass Hunde mit anderen interagieren? Definitiv. Die Sozialisation hilft ihnen, sich an andere Haustiere und Menschen anzupassen und freundlich zu werden. Ich stimme zu. Es ist entscheidend für ihre Entwicklung. Denkst du, du bekommst in Zukunft einen anderen Hund? Das würde ich sehr gerne. Einen Hund zu haben, bringt so viel Freude und Kameradschaft ins Leben. Auf die Freude an Hunden und all den Spaß, den wir mit ihnen haben können. Lektion 10. Digitale Trends Hey Anna, hast du in letzter Zeit bestimmte Trends auf dem Markt bemerkt? Hallo John. Ja, digitale Produkte werden derzeit immer beliebter. Das stimmt. Die Menschen wechseln zu Online-Lösungen für alles, von Bildung bis Unterhaltung. Genau. E-Books und Online-Kurse sind riesig. Es ist so praktisch, von zu Hause aus zu lernen. Haben Sie selbst Online-Kurse besucht? Hab ich. Ich habe kürzlich einen Grafik-Design-Kurs abgeschlossen. Es war interaktiv und sehr informativ. Das klingt toll. Hat dir das Format des Online-Lernens gefallen? Hab ich. Die Videos und Quizfragen machten es spannend und ich konnte in meinem eigenen Tempo lernen. Das ist ein großer Vorteil. Was denkst du über den Anstieg der Abonnement-Dienste? Sie werden immer häufiger. Dienste wie Streaming und Software-Abonnements sind beliebte Optionen. Unbedingt. Es ist interessant, wie Sie den Benutzern Flexibilität und eine Vielzahl von Optionen bieten. Ja. Es ist oft günstiger als der Kauf einzelner Produkte. Abonnieren Sie irgendwelche Dienste? Das tue ich. Ich habe ein Abonnement für Musikstreaming. Es ist großartig, Zugriff auf Millionen von Songs zu haben. Das ist genial. Musikstreaming hat die Art und Weise, wie wir Musik genießen, verändert. Was ist mit Podcasts? Ich liebe Podcasts. Sie sind eine fantastische Möglichkeit, beim Multitasking neue Dinge zu lernen. Ich stimme zu. Für fast jedes Interesse gibt es einen Podcast, was ihn so reizvoll macht. Auf die sich ständig weiterentwickelnde digitale Welt und die aufregenden Trends, die wir erkunden können. Lektion 11. Summer Splash Hey Anna! Ist dir aufgefallen, wie Menschen an windigen Tagen mit der Hitze umgehen? Hallo John! Ja, manche Leute warten einfach im Wasser herum, um cool zu bleiben. Das stimmt. Es sieht erfrischend aus, besonders wenn die Sonne scheint. Definitiv! Andere finden Schatten unter Bäumen oder Sonnenschirmen, um der Hitze zu entkommen. Das habe ich auch gesehen. Interessant, wie jeder seine eigene Art hat, mit dem Wetter umzugehen. Genau! Manche Leute versuchen den Wind zu genießen, indem sie Drachen steigen lassen oder Frisbee spielen. Das klingt nach Spaß. Der Wind muss diese Aktivitäten noch aufregender machen. Ganz gewiss. Und es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu sein und gleichzeitig die Natur zu genießen. Ich liebe es, im Wasser zu sein. Schwimmen ist so erfrischend, besonders im Sommer. Ich stimme zu. Es ist auch so ein gutes Training. Hast du irgendwelche Wassersportarten ausprobiert? Ja, ich habe Paddeln ausprobiert und es war eine tolle Zeit. Es ist eine großartige Möglichkeit, das Wasser zu erkunden. Das klingt unglaublich. Ich wollte schon immer mal Paddeln ausprobieren. War es schwer, das Gleichgewicht zu halten? Es hat ein bisschen Übung gekostet. Aber wenn man einmal den Dreh raus hat, macht es richtig Spaß. Ich muss es versuchen. Es scheint eine fantastische Möglichkeit zu sein, aktiv zu bleiben und Spaß zu haben. Lektion 12. Laundry Talk Hey Anna. Ich habe gehört, du hast einen tollen Wäschereiservice in der Nähe gefunden. Hallo John. Ja, es ist super praktisch. Sie bieten sogar Abholung und Lieferung an. Das ist fantastisch. Das muss so viel Zeit sparen. Stellen Sie Wächesäcke zur Verfügung? Ja, das tun Sie. Ich habe bei der Anmeldung einen Wäschesack erhalten. Das macht das Organisieren von Kleidung einfach. Das klingt hilfreich. Ich habe immer Probleme damit, meine schmutzigen Klamotten zusammenzuhalten. Das gleiche hier. Eine bestimmte Tasche zu haben, vereinfacht den Prozess wirklich. Wie sortierst du normalerweise deine Wäsche? Ich trenne Licht und Dunkelheit und versuche auch, empfindliche Gegenstände getrennt zu waschen. Das ist ein kluger Ansatz. Es hilft, Farblutungen vorzubeugen. Genau. Außerdem verlängert es die Lebensdauer meiner Kleidung. Haben Sie eine bestimmte Waschroutine? Normalerweise wasche ich alles kalt, um Energie zu sparen und meine Kleidung zu schützen. Das ist ein toller Tipp. Kaltes Wasser ist schonender und besser für die Umwelt. Ja. Verwenden Sie spezielle Reinigungsmittel oder Weichspüler. Ich verwende lieber umweltfreundliche Reinigungsmittel. Sie sind besser für den Planeten und meine Haut. Ich habe gehört, dass die großartig sind. Ich sollte versuchen, zu ihnen zu wechseln. Definitiv. Es lohnt sich. Außerdem haben Sie oft einen angenehmen Duft. Wir wünschen Ihnen, den Waschtag ein wenig einfacher und umweltfreundlicher zu gestalten. Lektion 13. Entdeckungsreise Hey Anna. Hast du in letzter Zeit darüber nachgedacht, irgendwelche Abenteuer zu planen? Hallo John. Absolut. Es geht nur um die Reise, nicht nur um das Ziel. Genau. Ich finde es toll, wie das Erkunden neuer Orte zu unerwarteten Erlebnissen führen kann. Ich auch. Welche Art von Abenteuern magst du am meisten? Ich bin ein großer Fan des Wanderns und des Entdeckens schöner Wanderwege. Die Natur hat so viel zu bieten. Das klingt unglaublich. Ich wandere auch gerne. Besonders, wenn ich Fotos von der Landschaft machen kann. Die Fotografie verleiht dem Abenteuer eine wunderbare Ebene. Haben Sie ein Lieblingswandergebiet? Ja. In der Nähe des Sees gibt es einen Pfad, der eine atemberaubende Aussicht bietet. Es ist perfekt für einen Tagesausflug. Das klingt wunderschön. Ich würde es gerne irgendwann ausprobieren. Was packst du normalerweise für Wanderungen ein? Ich bringe immer genug Wasser, Snacks und eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mit. Nur für den Fall. Kluges Denken. Gut vorbereitet zu sein ist der Schlüssel, um das Abenteuer sicher zu genießen. Unbedingt. Ich nehme auch einen kleinen Rucksack mit, um alles bequem zu tragen. Das ist eine tolle Idee. Wanderst du lieber alleine oder mit einer Gruppe? Ich genieße beides. Wandern mit Freunden kann Spaß machen, aber Solo-Wanderungen ermöglichen Reflexion und Ruhe. Das verstehe ich. Es ist etwas Besonderes, allein in der Natur zu sein. Definitiv. Es hilft wirklich, den Geist zu reinigen und den Geist zu verjungen. Auf viele weitere Abenteuer und die Freude am Erkunden. Lektion 14. Eskapaden im Freien Hey Anna, bei steigender Hitze hast du über irgendwelche Outdoor-Aktivitäten nachgedacht, die wir machen könnten? Hallo John. Ja, besonders in der Hitze kann es erfrischend sein, im Freien aktiv zu bleiben, wenn wir es richtig planen. Das stimmt. Vielleicht können wir auch ein paar Spiele im Freien mitbringen, um zu spielen, während wir unterwegs sind. Tolle Idee. Spiele wie Frisbee oder Badminton sind perfekt für warmes Wetter. Ich liebe Frisbee. Es macht Spaß und ist eine großartige Möglichkeit, Sport zu treiben, ohne sich nach einem Training anzufühlen. Unbedingt. Außerdem ist es einfach, es im Park einzurichten. Hast du noch andere Spielvorschläge? Wie wäre es mit einem Picknick? Wir könnten ein paar Snacks einpacken und draußen ein gutes Essen genießen. Ein Picknick klingt wunderbar. Wir könnten Sandwiches, Obst und erfrischende Getränke mitbringen. Ja, und vergiss nicht eine Decke zum Sitzen. Das wird alles komfortabler machen. Guter Punkt. Wir könnten auch einen tragbaren Lautsprecher für etwas Musik mitnehmen. Das würde den Spaß noch erhöhen. Was ist deine Lieblings-Picknick-Playlist? Ich liebe optimistische Songs, bei denen sich alle glücklich und voller Energie fühlen. Perfekt. Das wird gute Laune für unseren Tag im Freien machen. Denkst du, wir sollten mehr Freunde einladen? Definitiv. Je mehr, desto besser. Es macht immer Spaß, Abenteuer mit Freunden zu teilen. Auf die Planung einer fantastischen Eskapade im Freien voller Spaß, Spiel und guter Gesellschaft. Lektion 15 Perfektes Timing Hey Anna, hast du das Wetter für dieses Wochenende überprüft? Hallo John. Ja, es sieht so aus, als ob das Wetter angenehm sein sollte. Perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Das ist toll zu hören. Es ist eine großartige Zeit, um den Botanischen Garten zu besuchen. Findest du nicht? Unbedingt. Die Blumen werden in voller Blüte stehen und es wird so farbenfroh sein. Ich hoffe, du bringst deine Kamera mit. Das wird eine fantastische Gelegenheit für ein paar schöne Fotos sein. Ganz gewiss. Ich kann es kaum erwarten, all die lebendigen Farben und einzigartigen Pflanzen einzufangen. Warst du schon einmal in den Gärten? Das habe ich. Aber bei jedem Besuch entdecke ich immer etwas Neues. Was ist mit dir? Ich war einmal dort und ich habe den Rosengarten geliebt. Die Düfte waren unglaublich. Rosen sind wunderschön. Haben sie eine Lieblingsblumenart? Ich mag Sonnenblumen sehr. Sie wirken immer so fröhlich und hell. Sonnenblumen sind wunderschön. Ihre Größe und Farbe zeichnen sie aus. Apropos Blumen. Denkst du, wir sollten ein Picknick mitbringen, um es zu genießen, während wir dort sind? Tolle Idee. Ein Picknick wird den Besuch noch angenehmer machen. Was sollen wir einpacken? Wie wäre es mit ein paar Sandwiches, frischem Obst und vielleicht ein paar Keksen zum Nachtisch? Das klingt köstlich. Ich bringe auch ein paar erfrischende Getränke mit, um uns abzukühlen. Wir sind bereit für einen wunderschönen Tag inmitten der Natur.